Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Es klingt so, sachte, freundlich. Das war bestimmt die Absicht deiner Mom. Nein, war es nicht. Mom! Ich mache gerade eine etwas schwierige Zeit durch. Tut mir leid. Entschuldigung angenommen? Ignorier ihn. Dann würde ich ihre auch annehmen und das wäre es. Es gibt nichts, weswegen ich mich entschuldigen müsste. Kannst du bitte fahren? Alles okay? Ich glaube, der Typ in dem Pickup verfolgt mich. Aggressiver Fahrer. Chillen Sie, Mann. Machen Sie sich vom Acker. Ich glaube, Sie wissen nicht so richtig, was ein schlimmer Tag ist. Aber das wird sich ändern. Der Kerl hat mein Handy gestohlen. Andy? Ich sitze hier und warte auf dich. Wessen Handy ist das? Zusammen mit deinem Freund. Hey, hör mir zu. Er ist kein Freund, okay? Er ist der Psycho, der mich heute verfolgt hat. Ihre erste Lektion beginnt jetzt. Was wollen Sie von mir? Dass Sie lernen, wie ein schlimmer Tag wirklich aussieht. Und dass Sie lernen, wie man sich entschuldigt. Klingt, als würden Sie aufhören. Ich bin hellwach. Bieten Sie alles auf, was Sie haben. Sie werden es brauchen. Oder Sie werden es brauchen. Da ist mein Typ. Das Glorivochen. Das leitendige. Ist das? Das ist die H 더�vención. obra Mode히? Ich bin ك